Musik Kommt ihr langsamer runter? Seid ihr fertig? Ja, wir kommen. Habt ihr alle Fenster zu? Lichter auf? Kontrolliert nochmal, ob alles abgeschaltet ist. Hurra, wir fallen in Urlaub! Wo ist denn der Schlüssel? Wie? Der Autoschlüssel ist nicht da. Guck mal genauer. Wann bin ich denn das letzte Mal damit gefahren? Unser Zug kommt gleich, das ist ja schon klar. Der kann ja nicht weg sein. Ich ruf jetzt Oma an. Ja, wo ist der? Wir haben noch einen Satzschlüssel, wo ist der denn? Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Hallo Oma, könnt ihr uns irgendwo zum Bahnhof bringen? Unser Zug kommt gleich und wir finden den Schlüssel nicht mehr. Bitte. Wie ihr habt euer Auto ausgeliehen? Scheiße, wir kommen nicht zurück. Das ist der einzige Zug, den wir nehmen können. Oh nein, nein, ich hab einfach einen Schlüssel. Ich hab den anderen Schlüssel, Oma. Okay, chill, wir fahren jetzt. Tschüss. Los jetzt, aber schnell. Schnell, los, rein, los! Los jetzt, los, los! Scheiße, was sollen wir jetzt machen? Ist der Urlaub jetzt endgültig gelassen? Das kann doch jetzt nicht sein. Scheiße! Spinnst du? Ja, wer hat denn den Schlüssel verschraubt? Ich habe so viel Geld gespart. Es ist so krass, dass wir jetzt hier sitzen und kommen nicht in den Urlaub. Oh, ihr hängt schon wieder im Internet. Euch interessiert das wohl überhaupt nicht, oder? Guckt mal, was ich hier gefunden habe. Ich lasse das mal abspielen. Zugunglück in Deutschland. Der um 16.30 Uhr gestartete Zug RI-13 auf Karl-Kirchen Richtung Frankfurt am Main ist. In Köln, worts entgleist. Über die Zahl der Toten und Verletzten können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht berichten. Wir halten sie auf dem Laufenden. Jetzt geht es weiter mit den aktuellen Sport... Ach, zum Glück fahren wir da nicht drinnen. Alles abgeschaltet ist. Achtung, das stimmt doch gar nicht. Die Schuhe ziehen wir doch vorher in alle Ruhe an. Also schüssen wir doch gar nicht. Stimmt. Kamera läuft. Jetzt noch mal zu belasten. Nicht in der Augenhöhe. Das ist schlecht. Guck mal, ich lache, ich geh mal an. Witten, du hast nicht richtig geguckt. Wir haben den eingesteckt. Ja, Mama, du hast ja das Auto nicht aufgeräumt gestern. Das geht nicht zu. Ihr müsst doch bitte beeilen. Das ist ja nicht an meine Zeit. Kamera läuft. 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 Läuft? Ja! 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 Ich glaube nicht. Ich kann das nicht. Das war gut. Blöder Sacklaucht. Oh nein. Wartet doch. Wartet doch, Kamera läuft. Wartet. Ruhe. Oh nein. Oh nein. Ja. Oh, scheiße. Was spinnst du? Oh, scheiße. Spinnst du? Wer hat denn die Schüsse versaut? Hör mal. Wer hat denn die Schüsse verslamt? Spinnst du? Arm. Hör mal. Arm. Hör mal. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Scheiße. Fails. Mach neu. Nein. Nein, aber nein, dann kann ich das. Das geht doch nicht, wenn ich das nicht höre, dann muss ich lachen. Zum Glück in Deutschland. Um was geht's denn? Okay, nochmal. Das reißt dich zusammen. Zeig mal, was du kannst. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Es geht um unser Zug. So soll ich das nicht sagen. Aber sonst weiß ja gar keiner. Das ist doch unser. Das ist doch unser. Okay, okay, okay. Mach doch das mal aus. Zum Glück waren wir da nicht drin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.